Die Hinweise auf einen möglichen US-Lauschangriff auf Bundeskanzlerin Merkels Mobiltelefon drohen das deutsch-amerikanische Verhältnis zu belasten. Politiker aller Parteien forderten umgehend Aufklärung. Sollten sich die Hinweise bewahrheiten, wäre das ein massiver Vertrauensbruch, sagten der parlamentarische Geschäftsführer der Unions-Bundestagsfraktion Grosse Brömer und der Chef des parlamentarischen Kontrollgremiums, der SPD-Politiker Oppermann. Die US-Regierung hatte gestern versichert, Merkels Handy werde nicht abgehört, aber offengelassen, ob es in der Vergangenheit angezapft wurde. Zur aktuellen Diskussion nun live aus Berlin, Jochen Gräbert. Ja, Sie haben es schon gesagt, in der neuen Spionage-Affäre sind sich zwar alle Parteien in ihrer Empörung einig, aber jetzt gerät auch die Kanzlerin und gerät ihre alte Regierung selbst in die Kritik. Denn sie müssen sich nun vorhalten lassen, dass sie die NSA-Affäre im Sommer erst kleingeredet und dann voreilig beendet haben. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Shah etwa sagt, es sei angesichts der neuen Enthüllungen geradezu verantwortungslos, dass die Aufklärung im Sommer nicht entschiedener vorangetrieben worden sei. Mit anderen Worten, die NSA-Ausspä-Affäre ist mit voller Wucht ins politische Berlin zurückgekehrt. Und möglicherweise wird der Geheimdienstausschuss des Bundestages, das Parlamentarische Kontrollgremium, schon in den nächsten Tagen zu seiner ersten Sondersitzung in der neuen Legislaturperiode zusammentreten. Und damit zurück zu Susanne Daubner.